Willkommen bei OC Inside.de. Erst kürzlich hatten wir die Ballistics Tactical Tracer RGB Speichermodule im Test, die mit RGB-LEDs auf den Speichermodulen ausgestattet sind und einzeln adressiert werden können. Das heißt, man kann jede einzelne LED auf dem Speichermodul einzeln ansteuern und somit natürlich interessante Effekte erzielen. Wir haben die auch gerade hier installiert auf dem Testsystem. Ja, und heute haben wir das ASRock H370 Performance Motherboard im Test. Das verfügt ebenfalls über einzeln adressierbare LEDs und hat auch einen Anschluss, worüber wir die adressierbaren LED Tribes anschließen können. Zusätzlich verfügt das über LEDs unter dem Chipsatz-Kühler, am Audio-Modul oder am IO-Cover. Die kann man auch einzeln hier in der Software, in dieser ASRock Polychrome RGB Software, die wir gerade installiert haben, einrichten und kann die einzeln ansteuern. Man kann sie auch zusammen ansteuern, indem man Apply All auswählt, aber wir wollen die jetzt mal einzeln ansteuern und sagen einfach mal den Chipsatz-Kühler möchten wir jetzt nicht rot haben, sondern wir möchten den halt eben zum Beispiel blau leuchten lassen. Man kann dann aber auch einzelne Mischungen machen, wie man möchte. Dann haben wir ja die Auswahlmöglichkeit, wie das aufleuchten soll. Static, Breathing, Strobes, Cycling und so weiter. Und wir haben das schon mal in einem vorigen Video gezeigt, was es da alles für Möglichkeiten mittlerweile gibt. Und hier sieht man zum Beispiel bei Random, wie die LEDs angesteuert werden. Man kann es auch nach Musik ansteuern, wie man möchte. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es eben noch die Möglichkeit, also nicht nur das anzuschalten, ich mache das mal wieder auf Roh zurück, sondern man kann eben auch das IRO-Cover, das ist jetzt hinter dem Kühler, das kann man also nicht ganz so gut auf dem Video jetzt erkennen. Man kann den Audio-Bereich anders beleuchten, im hinteren Bereich sieht man das jetzt. Und man kann halt eben auch eine adressierbare LED-Drive anschließen. Und das haben wir jetzt auch getan. Und den können wir jetzt einfach mal einschalten. Wie man sieht, liegt das jetzt hier noch aufgerollt. Ja, und hier können wir jetzt sehen, was es da für zusätzliche Effekte gibt. Und zwar zum Beispiel Spring. Da rollt sich das so auf und ab in verschiedenen Farben. Das ist natürlich toll im Gehäuse oder so, wenn man das ordentlich verbaut hat, kann man das schön darstellen. Meteor. Und auch wieder mit verschiedenen Farbeffekten, die wir selber auswählen können. In welchem Farbspektrum wir uns da bewegen möchten. Und nehmen wir das noch dazu. Gibt es aber wirklich jede Menge Effekte. Stack, der stapelt das dann so. Was ein bisschen schade ist, man hat nur die maximale Anzahl an LED ist auf 100 LEDs begrenzt. Unser RGB-Stripe hat 144 LEDs. Das heißt, wir können dann zum Beispiel die letzten halt eben schon mal nicht mehr ansteuern. Vielleicht legt man Ace Rock da nochmal nach. Auf jeden Fall ist das eine ganz tolle Sache. Man hat die Möglichkeit, jetzt halt eben wirklich wie man möchte, seinen PC zu beleuchten. In verschiedenen Farben. Und muss sich nicht nur mit den normalen RGB-Farben zufriedengeben. So, setzen wir das mal wieder zurück. So. Ja. Natürlich kann man auch alles gleichzeitig beleuchten lassen. Aber, wie gesagt, in meinen Augen ein bisschen was zu wild. Da muss jeder aber schauen, was er da möchte und wie er es beleuchtet haben möchte. Was leider nicht möglich ist, ist, die Software erkennt noch nicht, dass wir auch die adressierbaren LED-Module installiert haben. Das heißt, wenn wir die ansteuern möchten, müssen wir zusätzlich noch die Ballistics Mode Software starten, worüber wir dann die Einstellungen vornehmen können für die Speichermodule. Jetzt einfach zum Beispiel Standard-Blau einstellen oder Rot oder wie auch immer. So könnte man das jetzt kombinieren. Dann können wir das hier auch auf Breezing umstellen. In Blau oder Rot auch hier. Ja, aber leider ist das nicht zusammengefasst in einer Software. Das heißt, er erkennt nicht, dass andere Modulen drinstecken. Umgedreht erkennt die Software von Ballistics leider auch nicht, dass wir ein adressierbares Motherboard haben. Insofern gesehen müssen wir schon zwei Tools installieren derzeit. Wobei es da auch noch andere Tools gibt von völlig anderen Herstellern, die eine kombinierte Darstellung ermöglichen. Ja, ich hoffe, wir haben einen schönen Überblick gegeben, was möglich ist. Und wie das Mainboard abgeschnitten hat im Test und wie die Benchmarkwerte aussehen, das zeigen wir wie immer im ausführlichen Test auf oseensight.de und wünschen weiterhin viel Spaß bei oseensight. Tschüss. 7 8 8 9 8 10 10 10